Hoi, hoi, hoi. Tag der technischen Schwierigkeiten heute. Ich habe nicht aufnehmen können komischerweise gerade. Also nachdem ich das letzte Aufnahmesession gemacht habe mit den Neurals-Missionen, ist meine Software der Bildschirm schwarz geworden. Das Spiel habe ich spielen können Fallout auf der Playstation, aber irgendwie ist nichts weitergegangen. Es ist, ich habe nicht von der Software aufnehmen können, von OBS aus. Sind das nur Vögel? Keine Ahnung. Ja, ja, technische Schwierigkeiten. Irgendjemand messt mit meinem System herum. Messing with my system. Das Windows-Updates war es wahrscheinlich. Und jetzt haben wir Dark oder Nacht. Nein, nein. Warten. Nacht wird schon passen. Wird schon passen. Dann ist es halt hell oder dunkel. Ja, ich hole mir einen Sniper und die Dart-Gun, die Pfeilpistole. Das ist der Plan in dieser Episode. Mein dämliches Bunnyhoppen wird mir was bringen. Ich folge dieser Straße. Ja, die Spring-Mod habe ich leider auch nicht. Aber das wäre doch ich cheaten. Erst vor Ort 4 werde ich dann mit Mord spielen, das Permadeath. Ein bisschen zu dunkel schon. Ja, bei... Was bist du? Ein Schild. Oh. 10 Millis. Hm, gute Muni. Und Stimplex. Und wirkt das für den Hinterhalt. So, was gibt es ja im Fallout? Entschuldigung, der macht keinen Hinterhalt. Dogmeat habe ich auch mitgenommen diesmal, übrigens. Da wir draussen sind. Und das mehr gefährlich ist als... ...no alles andere. Für Gewicht. Zu viel Gewicht. Obwohl, da brauche ich irgendwas. Ich glaube, das habe ich schon. Wieder ein Stumsi. Davon geben sie mir unendlich viele. Aber nicht genug Action. Da ist unsere Action. Ich sehe das Ding nicht mal. Es ist so dunkel. Ah, es ist ganz schwierig, was sie ist. Ich warte. Verdammt, ich warte einfach. Viel Tageslicht. Hm. Ich erinnere mich jetzt mal im Dunkeln herum. Noch immer dunkel. Schlecht gerechnet. Bin kein Mathematiker. Okay. Was gibt es hier Interessantes? Keine Ahnung. Ich war ja noch nie... Nein, nicht griechen. Hier unten gibt es ein Boot. Boote, Boote, Boote. Und wir runter. Obwohl, das Boot ist nicht das, was markiert ist. Das, was markiert. Nein, Leuk. Nein, Leuk, ja. Very cool. Stirb, 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 verdammt noch mal. Dogmaid wirft sich gleich hinein. Okay, was haben wir sonst noch mit? Viele Sachen. Rusty. Ich habe jetzt genug Tanks mit. Der Jericho Tank und der Dogmeat Tank. Wird genug getankt jetzt. Und genug Muni kriege, was ja Energiezellen geht. Diesen Spiel braucht man gar nicht Lasergewehr spielen. Da gibt es viel zu wenige. Da muss man fast Sturmgewehr spielen. So viele Sturmgewehre wie ich bekomme, gibt es fast gar nichts anderes. Raider natürlich. Was denn sonst? Ah, eine Laserpistole habe ich auch bekommen. Ich bin mir mal rein. In die Action. Oh, die sehen wir nicht. Oh, je. Okay, ich muss rein stümmeln. Was für ein fetter Fight. Ah, gleich mal. Ah, verdammt. Chat hätte ich noch gar nicht gebraucht. Nicht gut genug. Was haben wir da noch Gutes? Wenn wir durchröst ihn. Er hat nicht mehr viel Leben. 10 Millimeter brauche ich da nicht. Fisto haben wir noch viel Leben. Nimm deine Waffe auf, du Idiot. Oh, boi. Ich hoffe, ich rupf mich nicht, das wird weh. Ja, was sag ich. Alles erwischt. Perfekt. Mein Team hat mir gar nicht geholfen. Ah, es ist Zeit, dass ich... Jetzt habe ich ein Springmesser mitgenommen. Dass ich keine Rüstung mehr mitnehme. Zeit, dass ich keine Rüstung mehr mitnehme. Und so viele Kampflehnten gerade. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team hin? Wo sind sie weg? Ach, Tschuldigung, er ist wieder da. Wo ist der Hund? Der Hund hat gehauen. Ich bin doch gar nicht so schlecht behandelt. Ich glaube, ich schaffe gar nicht alles, was ich mir vorgenommen habe in dieser Folge. Hier, Rampfmesser. Einfach zu viel Loot. Zu viel Loot. Wo ist der Hund? Ah, jetzt kommen sie. Perfektes Timing. Sind nur zum Looten gekommen. Hey, da ist die Stunde über. Hey, Nachbarn so denkt, wie wir es rumbauen wieder. Ich habe getränken. Was? Jetzt komme ich da nicht mehr rauf, oder was? Oder wie, oder was? Verdammt. Das könnte auch mein Lucky Beat sein. Ich drücke mich rauf. Ich glaube, das ist sowieso in no man's land. Das ist die Polizeistation mit den Super-Mudanten. Ich glaube, das ist die Polizeistation, oder? Akademie. Akademie. Oh, so alte Akademie. Ich habe vergessen, wie beschissen hier alles ist. Soll ich nach Super-Mudanten? Yep. Noch nicht. Noch nicht. So ein bisschen Dreck drum dann. Gar nicht zu weniger. Ah ja. Ah ja. Etwas falsch. Sorry Hund. Sorry Hund. Tut mir leid. Tut mir leid. Mein Bad. Was wird gebraucht? Altmetall. Oh. Kernspaltungsbatterie habe ich mitgenommen. Ich isiot. Ah. Hilft nichts. Hier drüben irgendwas. Was ist denn das für etwas? Mit Drecktrons. Ach komm schon. Das ist die Kirche oder? Wirds gleich herausfinden. Ah. Mist. Heilen. 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 Gegensteampack. Oh boy. Trick. Dann haben wir einen F�tengang-er. Und da geht's doch. Und da geht's doch mit. Ui, halbes Leben. Mit dem Ding. Immer schon im Druck mit beschützen. Der Tank. Das ist ein kaputtes Stort. Drehflieger. Das erledigt das Team nochmal. Echt jetzt? Ist er das Ding getötet? Ich hoffe mal. Dann schauen wir hier rauf. Raider. Jep. Vielleicht ein fettes Raider-Camp. Wo ist der Ding? Hier. Ist ein Headshot? Ja. Ja. Wo ist der? Das ist der. Oh ja. Gnade gesetzt. Das kenne ich und Jericho nicht. Oh, warum haben die denn 10 Millimeter dabei hat. Wenn er schon da ist. Es wird das Ding getötet. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Kaboom, guten Bobbett. Ah, das hat viel Gewicht, aber gut. Darauf wollte ich. Wollte kurz schnell sprechen, aber geht ja nicht. Was haben wir hier? Kleinen Outpost. Ich schau ihn mir an. Kleine Vorkriegsbücher. Bist du? Uh, Grognack. Alle mit. Ja, auch schon Müllmann. Hier gibt es doch was. Drive-In. Beim letzten Drive-In gab es nur Tod. Schaut hier nicht viel besser aus. Hm. Wehe weiter. Krugnackt wird später gelesen. Das Ding interessiert mich gerade. Wo da ist nicht meine legendäre Waffe? Die ist dahinter irgendwo. In der Kirche. Keine Ahnung, was hier ist. Ach, sonst ist das hier der fette chinesische Funkleitstrahl. Und Sandeturm. Und Sandeturm. Und Sandeturm. Drei. Wahrscheinlich Waffen drinnen. Oder Gegner. Einzubeuten. Und dann. Nun High Ground. Was nehme ich mit rein. Ist doch. Ah, der hatte ich schon mal. So viel wie ich das Spiel gespielt habe. Aber alles kommt mir auch noch nicht bekannt vor. Da kann man ja ewig viel Zeit reinstecken in dieses Spiel. Rot von Korken. Das Aschenbecher. Gleitscht ja. Die erste Loot ist hier nicht drinnen. Hm. Das war's. Krass. Geil Loot. Hm. Oh, hey Bro. Totes chinesisches Kommando. Warum hat die so viel wert die Pistole? Oh, Offiziersschwert. Das ist cool. Ah, wer ist los? Der Rest. Ich bin wieder ziemlich überfüllt. Bald. Bald ist der Tag voll. Ok, wo ist da? Da ist die Kirche. Dort gehen wir hin. Dort ist der Sniper drin. Wop. 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 Hm. Hm. Nicht schlecht gewesen. Auf Nahkampf gehen. Kein Altmetall. Hm. Nein. Boah, Altmetall. Oh, man, I look fresh. It's good. Ok. Ich kann fast mein kleines Gewür dafür nehmen. Hallo. Warum ist das nicht mehr auf meiner Spezialtaste? Spezialtaste. Nur ein Warnschuss gewesen. Von doch. So. hier bis oben, oder? Ah ja, hier ist er. Der licht mich gerade gut. Oh verdammt, uhuuu. Oh, verdammt, uhuuu. Und wie krieg ich den da runter? So, probieren wir jetzt mal den Kanal. Oh, guck mal. Haut du das? Ach du grüne neune! Ich werde dir den... Ach du grüne neune! Die war ja irgendwie... Vorsicht! Okay. 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 Ist er runtergefahren. Ist er runtergefahren. Ich werde sie so richtig schön fassen. Ich werde sie so richtig schön fassen. Verdammt. Oh, ich glaube das habe ich verkackt. Ich glaube das habe ich verkackt. Den Typen hätte ich wahrscheinlich runterschießen müssen. Oder in alle Einzelteile zu legen. Ich zeig mal, dass das hier unten rumliegt. Rampflinter. Nein, Mist. Ich zeig mal, dass das hier unten rumliegt. Oh Gott. Nein, komm schon. Und was fällen wir jetzt, Jungs? Oh, Dreck dran. Oh. 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 Nicht wert. Oh. Krampfrüstung. Reservistengewehr. Reservistengewehr. Wo ist das? Ich möchte überhaupt hin dann. Da haben wir unser erstes Scharfschützengewehr. Wunderbar. Ich kann nicht gleich schlafen eigentlich. Ja. Schlafen wir eine Runde. Mitten am Tag. Zum Besten. Okay. Die nächste Waffe. Blick. Hier irgendwo. Hier drüben. Ich hab was gefunden. Eben Schuss haben wir nicht. Aber das wird reichen. Ah ja. Ich weiß, was da unten drin ist. Wettes Banditenlager. Da muss ich gar nicht durch, oder? Da gibt's glaub ich auch legendäre Waffen. Oh. Das geht sich nicht mehr aus. Das geht sich nicht mehr aus. Das geht sich nicht mehr aus. Wette Banditenlager. Oh. Auf dem Board. Wenn wir gleich testen. Unser Ziel. Wo ist der Kleine? Hier. Dann. Hey. Oh. 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 Und es holt den ganzen Berg genommen. Okay. Seil frei. Obenbord. Ist zwischendurch nicht leicht zu. Lenken. Das Scharfschützengewehr zu lenken ist zwischendurch nicht leicht. Fährt sich ganz komisch. Haben wir nicht im Fern. Einen Radioturm. Sondern müssen wir finden. Keine Todesklaue bitte. Keine Todesklaue. Keine Todesklaue. Einen Hunde. Kleiner Hund noch. Kleiner Hund noch. Wödel an die. Kein Schlüssel. Okay. Was schreibt der? Oh. Uh. Zu viel. Viel zu viel. … Unser Fleisch ja. Es ist. Es ist. Ausgeteut. ein Doppelkill. Schätze, das war's hier. Okay, wie komme ich auf die andere Seite? Ein bisschen links halten. Da ist meine Brücke. Ich sehe sie. Schaut nicht gut aus, die Brücke. Bisschen kaputt. Bisschen kaputt. Bisschen tierisch noch mal rand in der Map. Wow! Verdammt, was ist da gerade vor mir explodiert? Das, das, das ist vor mir explodiert. Ach du, Mist. Kann ich wieder Drogen reinhauen. Da ist nur noch eins. Verdammte Psychobard. Okay. Nein, noch mal Glück. Hetzt dann, hetzt dann. Deswegen fahrt ich noch keine Super-Mudanten. Kann ich hier drüben etwas Hilfe haben? N-Nen-Neeen. N-N-N-N-Nein. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N... Oh, 20 Kilo für 17. Das ist 17 wert. Rück mal her, ein bisschen Ausrüstung. Ein bisschen sonstiges von mir. Ich will Ameisenfleisch und Hundefleisch. Danke. Ja, ja, ja. Wie immer du gesagt hast. Ein kleines Ostenposten. Outpost hier. Da, ist mir das. Mehr Raider. Ja. Mehr die Chance. Öffne nicht viel. Muss mal 10 Millimeter. Davon haben wir jetzt genug zum reparieren. Was? Wenn es du weg? Durchfangen. Hier runtergeslidet. Ob wir da auch noch 10 Millimeter. Benutzen wir später. Gleich geht's Tote. Superhammer. Verdammt, hat viel Gewicht. Das ist ein Millis. Das ist ein Millis. Okay, dann wird weiter gefettet, das Team hat das schon geschafft, to ride, 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 ride. Dann hab ich den Nagelschlagring mitgenommen. Oh boy, so viel Loot, so viel Loot. So viel Sturmgewirre. Sollte mir die leer schießen und verkaufen. Kurz gedacht, dass ich eine Granatdose getroppt hätte. Good Pakete. Psycho. Okay, das habt ihr doch erledigt. Kleinen Raider. Oh, hier ist er noch. Wo kommst du denn her? Oh. Nein, nein. Nicht du, Mann. Nein, nicht du. Okay. Schon zu verwirrt. Uah. Hier könnte ich jemanden totfliegen, merke ich gerade. Oh, verdammt. Okay, ich nehm einen anderen weg. Was hat der gerade geschossen? Au. Mal lös. Was ist das da drüben? Das könnte die Radiostation fast sein. Lass mich rauf hier. Ich schaute, dass ich die rechte Seite habe. Definitiv ein Blaze, wo ich noch nie wahre. Noch nie wahre. High Ground, High Ground. Raider natürlich. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Ja. Dammit. Dammit. Ich bin auch perfekt getroffen. Ich schaue dir jetzt. Verdammt. Mit dir ist es jetzt auch. Nein, nicht dem guten Hund. Wechsel aufs Sturmquert, du Vollkoffer. Ohhhhhhhhhh. Mehr Hund, die Flasche für mich. ja ich spüre sie schon sie weg nicht 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 den Hound. Ah, er ist daneben. Verdammt, du! Oh, der ist... Kopf abgebissen. Wer ist ein guter Hund? Gibt es ein guter Hund? Wo ist die Leute hin? Hier. Was hat das für ein Kampfmesser? Wie süß. Ah, ich glaube die Fallwaffe werde ich dann erst in der nächsten Folge bekommen. Einen habe ich hier noch übersehen. Hier. Sturmgewehr natürlich. Jeder. Jeder rennt mit dem Sturmgewehr herum. Was ist denn das für ein Lager? Ist dann überhaupt der Eingang? Ja, hier gibt es einen Eingang. Ah, Mahlzeit. Das ist Psyco. Little bit Psyco. Ein Baffer. Motorradenbenzintank. Stimpeck. 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 Ich glaube ein Gürtel war dabei. Gut, leider. Haben sie gebadet. Ist jetzt sich gewehrt. Ja. Wenn es kein Geficht hat mit der Atombombe. Da kann er mit dem Fatboy herumlaufen. Ich soll es nicht verschreien. Nur nicht verschreien. Was lauert hier. Oh, Mildworks. Is lurking. Ja, damit. Okay. Darum geht es schon wieder auf. Augenbord gegen Mildurk. Das ist Chirico. Sind wir schon mitten im Nirgendwo draußen. Oh, wir sind. Ein fetter Mildurk ist ein fetter Mildurk. Verdammt. Dafür, ich kann Flammenwerfen mal mit. Sorry Hund. Sorry Hund. Wie schaut es bei dir aus Hund? Okay. Eh gut. Eh gut. Wie schaut das? Oh. 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 Ich weiß nicht. Ok, ich bin schon mit mir nirgendwo. Right, gut, 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 wo ist meine Radiotower? Das könnte ja auch sein, hier oben ist er glaube ich, ah, am letzten Ende der Map natürlich, rechte oder linke Seite, wo geht es rauf? Linken Seiten. Verdammt. Verdammt, der Hügel ist weg. Was hat das da unten? Augenbott. Ok, nein. Diesmal darfst du leben. Oh, Dämoni. Schaut nach dem Lager aus. Oh, boy. Oh, boy. Yep. Die werden neu kommen. Komm, Flinte. Komm, Flinte. Komm, Flinte. Komm, Flinte. Oh, der steckt. Und er ist weg. Okay. Okay, ich brauche endlich die Pfeilwaffe. Dann kann ich beenden. Gib sie mir, Baby. Baby. Baby ist der richtige Ort. Ach, verdammt diese Typen wieder. Ei, 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 ei. Nein. Ach, Granaten. Granaten. Gratulation, ihr dürfts Granaten fressen. Das geht nicht. Da ist noch ein Wund dahinter. Der Hund ist gerade auf mich gegangen. Oder wollte er nur Körperschild spielen? Hey, regulater Fliege. Uff. Was ist das schon? Rausgehen. Perfekt. Ich habe ewig viele Stimplex. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Wir waren ein bisschen her damit. Chinesisches sogar. So. Ich werde von dem Darmtest umgeben. Höhre. Was? Ah, ne. Okay. Schlüssel auch. Okay. Da haben wir noch eine Leiche zu looten. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Schnellesprecher bekommen habe. Dann werde ich mal kurz was probieren. Und da wieder her teleportieren. Dann gehe ich zurück nach Megatown. Und dann später wieder herkommen und schauen, was es sonst noch gibt. Boß Megatown. Hier. Hier, hier, hier.